sehr schön ja dann darf ich erst mal ganz herzlich willkommen heißen diejenigen die letztes jahr schon dabei waren beim audio barcamp und die dieses jahr vielleicht auch neu dabei sind wir haben heute eine besonderheit heute seht ihr mich tatsächlich und seht auch bildschirmteilung das wird nächste woche nicht der fall sein für die die nächste woche beim barcamp dann dabei sind weil wir wieder in audio only sind also so wie letztes jahr auch die sessions sind zwar dieses jahr in teams die werden aber so konfiguriert sein dass dort kein webcam eingeschaltet werden kann und auch kein screen geteilt werden kann aber wir haben das ja letztes jahr gemacht so ein bisschen vor dem hintergrund der zoom fatigue jeder workshop jede besprechung alles findet irgendwie in videokonferenzen statt wir wollten alle leute da etwas motivieren auch draußen teilzunehmen an der luft in bewegung im wald und ich glaube der das run testik profil mit den meisten kilometern hatte glaube irgendwie zwei über 20 kilometer zurückgelegt an dem tag also das hat auch ganz gut funktioniert und das wollen wir dieses jahr wieder so halten genau wir haben so wie letztes jahr auch quasi jetzt vorab so ein termin mit so einer kombination auf der einen seite impuls vorträge ich zeige gleich die agenda noch auf der anderen seite dann auch soundcheck wo wir einfach tools ausprobieren letztes jahr war das ja was das tool für die sessions angeht ein bisschen komplexer da haben wir mampel verwendet wer jetzt nicht gerade in der gaming szene unterwegs war erkannte das wahrscheinlich noch gar nicht dieses jahr nehmen teams das wird ein bisschen einfacher sein da werden wir euch aber auch so ein paar tipps und tricks zeigen wie man da den hi-fi musik modus aktiviert um von der qualität besser zu sein auch so teilnahme tricks wie man sich das konfigurieren kann das so dinge wie echo unterdrückung und so deaktiviert sind in teams und wir haben als bei barcams ist ja auch üblich dass man sich so in der launch mal zusammensetzt oder in der cafeteria und zu informellen gesprächen kommt in der pause oder parallel zu den sessions da haben wir uns auch für ein tool entschieden spatial chat noch das könnte heute dann ausprobieren da post man nachher die links auch in den chat genau vielleicht ganz kurz wer wer bringt euch sowohl die session heute als auch dann das barcamp nächste woche wir haben ein orga team ich weiß gar nicht wer vom orga team jetzt schon da ist einige schneiden auch später dann erst rein die susan die doris die heidrun der karl heinz der thomas und ich eigentlich im kern das gleiche orga team dieses letztes jahr auch gemacht haben hat man auch gemerkt das war ein eingespieltes team deswegen ist es ganz gut geflutscht dieses jahr und wie ihr unten seht in der leiste natürlich auch eine reihe von sponsoren da sind wir ganz stolz dass die alle die letztes jahr dabei waren auch dieses jahr wieder dabei sind und auch einige dazugekommen sind von einigen werde auch noch was hören sowohl heute als auch nächste woche dann nur da ist zum einen epos dass sie tochter oder spin off von sennheiser die sehr viel im bereich audiotechnik mikrofontechnik machen ja pola ich sehe den christian kann mal winken podcast label hilft anderen beim podcast produzieren sie cross ein tool anbieter für internes podcasting und audio messaging die podcast plattform vielleicht kennt ja podcast de als podcast verzeichnis dann neu dabei das lille an den logos soundbite ai ein tool was so audio chat in office 365 integriert sure mikrofon company wer so ein bisschen vielleicht eine band hat oder so oder mal im professionellen audio bereich mal geguckt hat wie so konferenzräume ausgestattet sind ähnlich wie sennheiser auch vom portfolio und dann zwei community sponsoren studio link das ist ein tool was man sehr gut verwenden kann um zum beispiel remote podcast ding zu machen da hat man so ein bisschen das problem dass teams und zoom und so weiter von von der audio qualität nicht so toll sind und auf der anderen seite auch keine mehr spur aufnahmen erlauben also das heißt wenn wir jetzt das recording von teams nehmen dann sind da einfach alle spuren ineinander gemischt und das bedeutet halt in der regel dass ich die dann auch nicht einzeln schneiden kann und studio link ist ein tool wo ich sozusagen mich der hoch qualitativ miteinander verbinden kann und eine mehr spur aufnahme bekommen und ultraschall auch noch ein community projekt wenn man auch nächste woche in den sessions was ist eine erweiterung zu der zum audio editor repart er den quasi perfekt für podcasting macht da schicken wir auch noch die links rum wer da bisschen tiefer reingehen will genau dann haben wir für heute also begrüßt habe ich euch in kürze starten dann die impuls vorträge da haben wir drei stück zeige ich euch auch noch welche das sind wer hauptsächlich heute testen will oder hören will wie es dann nächste woche abläuft das wird dann so ungefähr ab 11 uhr 20 11 uhr 25 sein da wenn man quasi den ganzen ablauf für nächste woche erklären das heißt so die impuls vorträge haben inklusive fragen ungefähr so 25 minuten zeit ungefähr jeweils die zeichnen wir auch auf und wenn sie hinterher dann auch veröffentlichen können nachschauen nachhören und soweit die referenten wenn sie folien haben und die bereitstellen wenn wir die auch mit verteilen und dann haben im prinzip ab 11 uhr 40 zeit für den soundcheck also da kann man dann mal die sachen die wir da erklären ab 11 25 mal ausprobieren und auch in diese special chat plattform reingehen das ist die die plattform wohl nächste woche sozusagen das socializing stattfindet auch da als hinweis die ist ab jetzt dann auch offen die könnte dann jederzeit von jetzt bis nächste woche auch verwenden wenn er sagt da will ich noch mal noch mal reingucken um das sicher zu sein aber das zeigt mir wie gesagt nachher genau genau so moment jetzt sehe ich im chat jemand ist in der warteschleife muss mich jemand reinlassen der christoph wenn er schreibt über meeting an okay woran lag das okay interessant hier kann noch mal schaut besprechungsoptionen stehen auf jeder kann den warte bereich umgehen muss man noch mal gucken für nichts so okay aber danke okay jetzt schreiben auch mehr im chat karl hans schreibt der mit den link in der mail ging nicht der im kalendereintrag funktioniert jürgen graus meint okay also dann müssen wir mal reingucken hatte dir hans irgendeine lösung dann oder warte sah das einfach wie ein bug aus okay okay also da haben wir ja eine woche noch mal zeit noch mal research machen weil im chat sieht so aus als ob das viele hatten als schwierigkeit ich hoffe es finden alle den weg wie es dann geht okay genau also das ist sozusagen das programm für heute wie gesagt die vorträge die werden 25 minuten ungefähr sein inklusive q&a werden aufgezeichnet und veröffentlicht werden dann aber nur die referenten referentinnen und nicht ihr und auch nicht der chat also da könnte euch austoben genau was sind die impuls vorträge drei stück haben an der zahl ich werde den start gleich machen wer so ein bisschen als basic wir wollen ja schauen dass wir nächste woche nach möglichkeit alle eine gute audioqualität haben noch ich sag mal so videokonferenz das ist mir jetzt gewohnt seit zwei jahren aber man kann mit so ein paar tipps und tricks irgendwie dafür sorgen dass da eben die audioqualität besonders gut wird seit es jetzt im klassenraum in der videokonferenz im training also da werde ich mal den einstieg machen und ein paar basics erzählen zweiter impuls vortrag kommt dann vom christian köpke von der pola let's starte podcast wo beginnt man wenn man einen podcast erstellen will also da geht es dann so um das podcasting das wird ein teaser vortrag sein zu dem vortrag der am nächste woche dann auch als session noch mal in ausführlich ist wo man dann auch tiefer noch mal fragen stellen kann und dann haben wir noch den jochen schneider von sie groß die zukunft ist audio best practices use cases zukunftstrends für audio in unternehmen also was beobachten sie da so was da gerade passiert im audiobereich was ich wie das wahrnehmen ich finde in vielen organisationen und unternehmen für der audio audio so ein bisschen ein nischendasein zwischen den klassischen intranets mit text und bildern und video was es jetzt schon eine ganze weile gibt und audio ist da immer irgendwie so zwischen den stühlen und das ist denke ich auch ganz spannend einmal in breite zu sehen was da so die trends sind